Hi, Philipp von Stur hier. In diesem Video gebe ich dir ein paar mehr Informationen zu unserem Ledergriffschutz. So sieht unser Ledergriffschutz aus, wenn er bei dir ankommt. Wie du siehst, ist das Leder noch recht hart und das Aufziehen auf den Griff deiner Sturpfanne daher schwergängig, dies wird sich mit der Zeit aber ändern. Beim Aufziehen ist der Griffschutz richtig herum, wenn das Stur-Logo nach oben zeigt. Zu beachten ist außerdem, dass der Griffschutz nur auf dem Herd und nicht im Backofen verwendet werden sollte. Mit jeder Verwendung wird das Leder weicher und der Griffschutz passt sich nach und nach deinem Sturpfannengriff an. Hier siehst du den neuen Griffschutz im Vergleich zu einem Griffschutz, der schon lange Zeit zum Einsatz gekommen ist. Wie du siehst, ist das Leder des zweiten Griffschutzes sehr viel weicher und der Griffschutz schmiegt sich perfekt an den Griff der Sturpfanne an.